Hallo und herzlich Willkommen an den beruflichen Schulen in Eschstelle. Wir sind viele Schulen unter einem Dach und bieten dir ein vielseitiges Bildungsangebot. Auf dem beruflichen Gymnasium kannst du ein Abitur in den Fachbereichen Wirtschaft, Technik und Gesundheit erlangen. Vielleicht passt auch unsere zweijährigen Berufsfachschule am besten zu dir. Hier kannst du in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft, Mechatronik und Ernährung deinen Horizont erweiten. Oder ihr kommt in unsere Fachoberschule, denn hier bieten wir euch eine praxisorientierte Ausbildung in den Bereichen Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung und Technik. Der perfekte Start in der Zukunft. Hat das euer Interesse geweckt? Dann kommt am 22.11. zu den Infotagen zu den beruflichen Schulen und erhaltet einen spannenden Einblick in unsere Schule. Und übrigens, unsere Schule ist zwar grün gestrichen, aber keine Sorge, das Inneren ist viel bunter, als es auf den ersten Blick aussieht. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017